Anies Abla, mein Handy ist aus, womit wir schreiben. Deswegen in dieser Story siehst du, dass es aus ist. Vorbildlicher Ehemann 2023. Vielen Dank. Mois hat ein sehr, sehr cooles YouTube-Video für unseren Verein gemacht, um den Hunden in der Tötungsstation zu helfen. Ich verlinke euch das hier gleich auch mal in der Story. Und es sind dabei Wahnsinnsspenden zusammengekommen. Einfach nur richtig krass. Guten Morgen Österreich zu einem neuen Video mit mir und Alfa Rauwe AB. Alfa AB, wir haben bis jetzt nur Menschen geholfen. Es kam nie so eine Möglichkeit, irgendwie ein Projekt zu machen, wo wir auch für Tiere was machen können. Dann hat meine Frau... ... ... ... ... Vielen Dank.